Der MNES-Datensatz ist so einfach, dass eigentlich jeder damit ein neuronales Netz trainieren kann. Das stimmt, ich habe es ausprobiert und es hat auf Anhieb geklappt. Wenn ihr genauso wie Wilhelm mein Tutorial nachtouren wollt, ich verlinke euch das Video mal hier. Falls ihr es noch nicht kennt, pausiert und schaut es euch an. Mein Problem, da fällt eine Netzwerkarchitektur vom Himmel. Für ein Erfolgserlebnis war das Tolle, aber warum das Beispiel so gut funktioniert hätte, konnte ich erstmal überhaupt nicht verstehen. Da empfehle ich dir, meine tolle Vorlage auf verschiedene Art kaputt zu machen. Und das machen wir heute. Bei neuronalen Netzen gibt es drei Stellen, an denen du rumschrauben kannst. Am Datensatz, darum müssen wir uns in einem anderen Video mal kümmern. An der Netzwerkstruktur und an den Hyperparametern. Hyperparameter? Hyper, weil die Gewichte der Synapsen ja schon Parameter heißen. Es geht aber um Werte wie die Lernrate. Die musst du vor dem Training festlegen und wenn du die falsch einstellst, trainiert dein Netz gar nicht. Die Lernrate legt fest, wie groß die Schritte sind, die der Gradienten-Abstiegsalgorithmus macht. Ich stelle die mal auf 1000 statt auf 0,003. An sich wäre das ja erstmal eine Verbesserung. Der Optimierungsalgorithmus, hier SGD, abgekürzt für Stochastic Gradient Descent, weiß ja anhand der Ableitung, in welche Richtung er die Synapsengewichte anpassen muss. Und mit einer Lernrate von 1000 macht er einfach ganz große Schritte in diese Richtung. Die Loss-Funktion geht nicht runter, also passt SGD die Synapsen an, aber das bringt nichts. Der Algorithmus schießt weit übers Ziel hinaus. Es ist typisch für neuronale Netze, dass die Loss-Funktion viele verschiedene lokale Minima hat. Oft sind die sogar gleich gut oder schlecht. Das heißt, das Training startet mit zufälligen Synapsengewichten und wenn die Lernrate zu groß ist, springt der Optimierungsalgorithmus über das lokale Minimum darüber und landet an einer Stelle mit höherem Loss. Wenn die Lernrate zu hoch ist, kann dein Netz sogar Fähigkeiten verlernen, die es schon hatte. Warum stelle ich da nicht immer eine ganz kleine Lernrate ein? Kannst du. Das löst auch sicher das Problem. Allerdings sind die Schritte dann so klein, dass du für ziemlich lange Zeit trainieren müsstest. Das ist einfach eine Verschwendung von Rechenzeit dann. Wie finde ich denn die richtige Lernrate? Das ist leider von der Netzwerkarchitektur und vom Datensatz abhängig. Du kannst dir aber die Loss-Funktion plotten lassen. Wenn die am Anfang gar nicht runtergeht, ist die Lernrate wahrscheinlich zu hoch. Wenn sie runtergeht, aber nur extrem langsam, ist sie vermutlich zu niedrig. Und wie gehst du dann üblicherweise dabei vor? Ich erfinde das Rad ja nicht ganz neu. Die Netzwerkarchitektur, die ich ausprobiere, ist irgendwie ähnlich wie was, was andere Leute schon gemacht haben. Ich schaue dann, ob in dem Forschungspaper ein Repository angegeben ist und was dort als Lernrate drinsteht. Um maximal Faktor 10 daneben zu liegen, ist meistens nicht so schlimm. Es sollte halt nicht Faktor 1000 sein, weil dann weiß ich nicht, in welche Richtung ich optimieren muss. Was wären denn andere Hyperparameter? Ein häufiger Trick ist die Lernrate während des Trainings nach und nach zu reduzieren. Das geht bei Torch zum Beispiel mit einem Learning Rate Scheduler. Wie schnell der die Lernrate senkt, wäre ein weiterer Hyperparameter. Bei dem Beispiel muss das Netz ja lernen, Ziffern zu erkennen. Was ich mich da frage, wenn ich dem Netz beispielsweise eine 3 zeige und auf die Finger haue für alles, was nicht eine 3 ist, warum stellt es dann nicht nur die Parameter seiner letzten Schicht so ein, dass immer 3 herauskommt? Egal, was die Eingabe war. Berechtigte Frage. Würdest du mit einzelnen Datenpunkten trainieren, würde wohl irgendwas in der Art passieren. In der Praxis trainiert man mit einem ganzen Batch an Daten. In dem Batch kommen dann alle 10 Ziffern ziemlich gleich verteilt vor, damit das Netz ein Lernsignal bekommt, bei dem sich nicht auf eine Ausgabe einschießen kann. Die Gradienten sind also eigentlich keine einzelnen Ableitungen, sondern die Durchschnitte von den berechneten Gradienten über alle Daten im gesamten Batch? Ganz genau. Und falls der Datensatz sortiert ist, würde ich dir raten, ihn zufällig durchzumischen, damit die Ziffern in allen Batches ungefähr gleich vorkommen. Also sind größere Batches besser? Ja, auf jeden Fall. Ich würde immer den Grafikspeicher vollladen. Bei sehr kleinen Datensätzen darf ruhig der gesamte Datensatz in einem Batch sein. Je größer der Batch, desto weniger springt der Optimierungsalgorithmus beim Training durch die Gegend. In der Praxis ist neben den Parametern eines großen Netzes nicht mehr genug Speicher für arg große Batches. Und was macht man dann? Beim SGD kann man beispielsweise ein Momentum einstellen. Das ist so eine Art Masseträgheit, die vermeidet dann so hektische Sprünge, wie dann anderer Hyperparameter. Die Architektur vom MNIST beispielsweise ist also schon perfekt und ich kann nur noch die Hyperparameter optimieren? Nee, keineswegs. Für Bilddaten wie den handgeschriebenen Ziffern von MNIST ergibt es eigentlich Sinn, ein Convolutional Network zu verwenden. Convolution, wie die mathematische Operation der Faltung? Genau die. Mit der kann man dem Netz die Information mitgeben, dass eine Kante in der linken unteren Ecke das gleiche ist, wie eine Kante in der rechten oberen Ecke. Statt für jedes Pixel und jede Verbindung zu einem Neuron immer neue Parameter zu lernen, schieben Convolutional Networks, sogenannte Kernel, übers Bild, die bestimmte Muster wie Kanten, Ecken und so weiter erkennen. Die Faltung ist ja im Grunde eine Matrixmultiplikation mit der kleinen Matrix des Kernels für jede Position. Die gleichen Parameter werden an verschiedenen Stellen verwendet. Und nebenbei ist das sauschnell zu berechnen, weil die Prozessoren für kleine Matrizen weniger langsame Speicherzugriffe brauchen. Aber wenn Parameter an mehreren Stellen benutzt werden, dann hat das Netz doch eigentlich weniger Parameter, um sein aus dem Daten extrahiertes Wissen zu speichern. Müsste ein Convolutional Network dann nicht dümmer sein? Ist es auch. Aber wegen der effizienten Berechnung kann ich es einfach größer machen. Mehr Kernel, mehr Schichten, mehr Berechnungen in der gleichen Zeit. Achso, und so gewinne ich Effizienz also. Ich habe im Repository ein Beispiel mit einem ConvNet Evolutional Network. Genau, vorbereitet, mit dem man auf 98% Accuracy auf MNES kommt. Das ist besser, als Menschen auf dem Datensatz abschneiden. Und größere Netze sind immer schlauer? So allgemein kann man das nicht sagen. Beispielsweise gibt es das Vanishing Gradient-Problem, wenn Netze sehr viele Schichten haben. Ich vermute, da werden die Gradienten so klein, dass es wirkt wie eine zu kleine Lernrate. Das Training wird einfach nicht fertig. Genau. Aber nur bei den Schichten, die von der Ausgabe am weitesten weg sind. Deswegen kann man dann auch nicht die Lernrate einfach auf immens hohe Werte stellen, um das auszugleichen. Dann wird nämlich das Training von der Ausgabeschicht, das wird dann instabil. Ist das ein grundsätzliches Problem? Ja und nein. Es gibt Tricks wie Residual-Verbindungen, mit denen man hunderte von Schichten bauen und trotzdem trainieren kann. Die Forschungsgemeinschaft diskutiert aber noch darüber, ob das wirklich das Gleiche ist, wie Schichten zu stapeln, die unabhängig voneinander immer abstraktere Konzepte lernen können. Aber die Modelle sind ja schon extrem groß und auch sehr, sehr tief geworden. Die Tendenz ist eindeutig, dass größere Netze mehr lernen können, sofern der Datensatz groß genug ist und die Gradienten im sinnvollen Bereich bleiben. Was also bei Riesen wie GPT-4 oder Gemini der Fall wäre. Schon? Ich habe mich mal in einem CT-Artikel mit Philipp Bongartz, einem externen KI-Experten, gestritten, ob Skalierung der Weg zu genereller künstlicher Intelligenz ist oder nicht. Du behauptest, Skalierung würde nicht reichen? Ja und momentan sieht es eher danach aus, als ob er recht behält. Aber das ist auch nur eine Tendenz und meine Argumente sind nicht völlig widerlegt. Das war ein ziemlich cooles Projekt. Ich werde euch den Artikel und das Repository unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn ihr schon dabei seid, den Code auszuchecken, dann spielt ruhig damit rum, macht auch mal was kaputt und macht eure Erfahrungen damit, weil ihr werdet dadurch so ein bisschen so ein Bauchgefühl entwickeln. Und das wird euch mit anderen Datensätzen, auch mit schwierigeren KI-Problemen einfach total viel bringen, damit ihr dann dort schnellere Erfolge habt. Ich würde sagen, wir halten euch mal nicht länger auf. Ihr wollt ja jetzt wahrscheinlich zu GitHub wechseln. Vielleicht wollt ihr gerade noch schnell auf Like und auf ein Abo drücken und bis bald. Macht's gut.